Ich nominiere auf jeden Fall, auf jeden Fall, da geht kein Weg noch vorbei, den Volker Ars, betonen ich glaube Volker Ars, und Angelina Brommnagel, da gibt es kein Weg noch mal vor, und, das geht gar nicht. Und ich danke natürlich für die Nominierung und ich habe natürlich keinen Bock zu spenden, deswegen nehme ich das an. So klein ist er jetzt, so klein ist er! Wie ihr macht das nicht? Wie ihr macht das nicht?